Blut und Blutgefäße Wussten Sie, dass die Flüssigkeit, die durch Ihren Körper fließt, Blut heißt? Wussten Sie, dass die Flüssigkeit, die durch Ihren Körper fließt, Blut heißt? Wow, wirklich? Was macht Blut? Blut transportiert wichtige Substanzen wie Sauerstoff und Nährstoffe zu allen Zellen in Ihrem Körper. Es transportiert auch Abfallprodukte ab. Das ist unglaublich. Wie macht Blut das? Blut besteht aus einer Flüssigkeit namens Plasma und verschiedenen Zelltypen, darunter roten und weißen Blutkörperchen. Was machen die verschiedenen Zellen? Die roten Blutkörperchen enthalten ein Pigment namens Hämoglobin, das dabei hilft, Sauerstoff zu allen Zellen in Ihrem Körper zu transportieren. Die weißen Blutkörperchen bekämpfen Keime, die in Ihren Körper eindringen könnten. Wow, das ist wirklich wichtig. Was ist, wenn Sie sich schneiden? Wenn Sie sich schneiden, beginnt das Blut herauszufließen. Aber dann hilft ein anderer Zelltyp namens Blutplättchen dabei, ein Gerinnsel zu bilden, um die Blutung zu stoppen. Das ist so cool. Wie bewegt sich das Blut durch den Körper? Das Blut bewegt sich durch ein Netzwerk von Blutgefäßen, darunter Arterien, die sauerstoffreiches Blut vom Herzen zum Rest des Körpers transportieren, und Venen, die kohlendioxidreiches Blut zurück zum Herzen transportieren. Das ist so cool. Das blut ist so cool. Das blut ist so cool. Vielen Dank.